Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, verguckt. Johanna himmelt Louis an, aber der hat ganz andere Probleme. Dass zwischen Louis, Marc Weinmann, und seinem Freund Moritz, Lennart Borchert, gerade Eiszeit herrscht, entgeht auch Johanna, Charlotte Reschke, nicht. Doch was für die beiden traurig ist, plant Johanna für sich zu nutzen, die hat sich nämlich in Louis verguckt. Sämtliche Versuche, Zeit mit ihrem neuen Schwarm zu verbringen, laufen jedoch ins Leere. Viel zu sehr ist Louis mit den Problemen seiner Beziehung beschäftigt. Wie Johanna erfolglos versucht, Louis für sich zu begeistern, zeigt das Vorschau-Video oben. Musik 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 Amen. Amen.